wer der EDC gefehlt hat oder sonst was. Aber ich denke, das machen die nicht, sondern die fassen sich an die eigene Nase. Wir fassen uns auch an die eigene Nase und gehen sofort in die... Stopp, stopp, okay. Das ist wrong. Ah, nee, das ist richtig. Mach mal, mach mal, bleib mal auf. Nee, das ist richtig, das ist richtig. Nice, wir haben die nächste Begegnung vor uns, meine Damen und Herren. Ich mach auch die coole Musik ein, yeah, ist cool. Und zwar EvoPlay. We set the trends. The lol trends. Ja, und wir dürfen sie gegen den Serious Monkeys beobachten. Das Einzige, was wir wissen, Leute, und das werden wir jetzt einfach sagen, es ist ein krasses Game. Achso. Spoiler ist kein Game. Ich spoil auch kein Game. Ja, aber allein das ist schon... Jetzt haben die Leute so eine krasse Erwartungshaltung. Ja, aber auch zu Recht. Ja, aber das ist halt... Das ist so... Weißt du, wenn ich sage, Alter, spoiler mir nicht Harry Potter, ich will ihn selbst sagen, ist der geilste Film ever. Dann geh ich rein und denk mir, Alter... Dann geh ich rein und denk mir die ganze Zeit, wird der geil, Mann, wird der geil, Mann, wird der geil. Und kann er gar nicht genießen. Du bist einer dieser Spoiler-immun-Menschen, die uns Spoiler-nicht-immun-Menschen einfach das Leben versauen. Du hast mir gesagt, dass hier der mit den drei Klingen Wolverine, dass ihm bei dem Film Logan etwas passiert. Du hast es im ganzen Stream gesagt. Ja, das stimmt. Don't talk ever. Und ich hab den Film nicht mal gesehen gehabt. Ich hab dich einfach nur getreut. Jetzt versuchst du nicht rauszulügen. Natürlich hast du nicht gesehen. Nein. Junge, ich seh deine Augen, sie sagen lügen, lügen, lügen. Yeah, yeah, lügen ist geil. Verstehst du das? So, Xayah. Xayah wurde die ganze Zeit gebannt. Jetzt ist er mal durchgekommen. Cool. Aber trotzdem haben wir 5000 Jungler weniger. Aber Sigurani ist noch da. Ja. Ist die Frage, ob Seven Army Bock hat, den Champion zu spielen. Er spielt ja auch sehr gerne Schiwana. Dementsprechend kann man den Gegner auch auf eine Sigurani baiten. Und das am Punishen. Und jetzt kommt der Rise. Und der Rise war mal nicht First Pick. Das ist halt auch mal was Neues. Da muss die Xayah böllern. Ich meine, das ist der Trade. Wenn du sagst, hey, ich lasse ihn durch. Ich meine, er hat doch jetzt verloren offensichtlich. Es ist kein Free Win. Xayah ist natürlich ein cooler Rise Spieler, aber... Ist er ein cooler Rise Spieler? Ist er. Ich meine, wenn du Viktor spielst, bevor alle deine Spears funktionieren, mit Mahle. Sie sind einfach nur Viktor in Gut, ne? Viktor in... Ich muss nicht bei 1500 Base. Wobei die Mechanik der Woche, beziehungsweise der... Es ist ein bisschen weird, aber Future Mark ist quasi Core für Viktor. Okay. Das ist deine Mechanik der Woche? Ja, ich fand's irgendwie cool. Ich muss dir echt irgendwas schicken. Ja, das ist halt... Ja. Aber ich fand's wirklich cool. Hast du wenigstens noch Estreal als Beispiel? Ich meine, der Future Mark hätte... Sie um ein paar Mal das Leben gerettet. Der Future Mark... Hast du Estreal auch als Beispiel genannt? Links. Weil du nehmst Skeptomancy und Future Mark ist mega gut, weil du Schienen und Tier gleichzeitig bekommen kannst? Äh, 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 äh. Also nein. Wir haben jetzt wieder Rise als den klassischen Counter und ich bin gespannt, was jetzt gegen Seedrani kommt. Und Schiwana ist eben ne Option. Und es ist halt die Frage, ob der Dschungler das hier parat hat. Ne gute... Swig da. So oder spielt das übrigens sehr gerne mit Future Mark. Deswegen kam ich drauf. Ja. Ist auch cool. Aber wir haben erstmal die Xayu Rakan, eine der stärksten aktuell. Du willst die Kombo haben, wenn du schon mal ein Teilelement davon hast. Und selten wird ja Rakan weggenommen, weil Rakan alleine... Take Alistar. Okay, Xayu nehmt Alistar, go. Oder Tahm Kench. Eins von beiden sollte Bobo sich jetzt sichern. Sie müssen halt daran denken, was sie eingeschränkt bekommt, ne? Ja, aber ich glaube, es ist wichtiger, jetzt den Supporter zu nehmen, als den ADC zu nehmen. Aber wobei, du kannst doch Tarek gehen. Du hast eigentlich drei Optionen. Ich meine, der S.O. ist sehr unabhängig vom Support, aber der Support gibt trotzdem den Takt an. Und jetzt werden wir wahrscheinlich von EvoPlay zwei Support-Banzing. Ja, aber du kannst halt Alistar, ähm, Tarek und Traum. Ne, aber Tahm Kench. Ne, Alistar, Tahm Kench. Ist er das dritte? Tarek, kannst du gut reinspielen. Tarek und Astrid passen sowieso sehr gut. Ja, ich denke, das sollte hier auch der erste Bun werden. Oh, ich gehe in Top-Lane. Ich hätte gedacht, ich müsste, dass die Monkeys Jungler einschränken und EvoPlay jetzt die Supporter. Ich sage, der ist der erste, da ist dann Alistar, auf den du keine Lust hattest. Und das zweite war Traum. Tarek. Tarek, Tarek, Traum. Tahm Kench, Tahm Kench. Wir haben eigentlich ziemlich viel Auswahl. Ja, Traum ist aber nicht so gut gegen Cyrakan, wie man es sich vorstellt. Sicher? Hm? Sicher. Im Vergleich zu Tahm Kench, Tarek, eher so Plan B. Synergy mit S ist okay, du kannst ja auch einen Stack mit dem Q auslösen. Aber Tarek S ist, finde ich, einen Ticken stärker. Ist natürlich auch immer so, was hast du im Champion Pool, ne? Jetzt geht dir noch Kha'Zix raus. Wird immer noch gerne eine Shyvana sehen. Ich hätte, ja, ich hätte es immer zwei schon gesehen. Weil Fiora-Ban heißt halt, hey, ich spiele irgendwas Tankiges, Zion-mäßiges da oben. Ja. Und das ist auch fein. Finnick, du musst dazu wissen, Finnick ist halt ein Fiora-One-Trick-Pony, ne? Ja. Also er ist halt der Fiora-Spieler in der ESL-Meisterschaft. Na gut. Der dann denkst, Alter, kein Bock auf ein Skill-Match-Up. Da ist das schon in Ordnung. Mokana. Ah, das haben wir in der EU-LCS jetzt mal wieder gesehen. Da ging Rakan natürlich easy. Hatte insane Pressure, und ja, also wir haben ja wirklich Mokana-Kaiten-Lanes gesehen gegen Braum und Edister. Die hat einfach den Töte bei Minute sieben genommen. Wo ich so denke, warte mal, bei Minute sieben? What the hell? Das war super krass. Und ich so, Braum, oh Mann, Taric wäre so viel besser. Also wirklich Generationen besser. Generations of Bess. Ah, not even close besser. Braum ist auch nice gegen Cassio, das stimmt. Aber Taric, Cassio ultet. Taric macht Ult und du kannst halt danach wieder fighten. Das ist so strong. Rakan macht seinen Ult und du machst einfach auch deinen Ult und das ist so gut. Und Taric ist so strong. Mäh. Mäh. Aber du hast ein bisschen in jeder Charakter so ein bisschen bläulich. Vielleicht ist dein Auge bläulich. Und Alice, hier Alice hat gesagt schon, Szechuani und Braum sind auch wirklich eine asoziale Kombo. Also du sammelst halt nur Stacks. Und du kannst entweder gestunt oder so richtig gestunt. Das ist halt echt nicht gut. Na gut, Sine und auf der anderen Seite freigeschaltet. Plus. Freigeschaltet. Ah, ist cool, ne? Plus den guten Sack. Aber jetzt bin ich gespannt, was die Antwort auf Sine ist. Weil man hat sich ja dagegen entschlossen, den Sine hier als ersten Pick zu nehmen, um Counterpicken zu können. Aber wenn du jetzt keine coole Antwort auf Sine hast, dann frage ich mich, ja, warum hast du Sine nicht gepickt? Und da muss halt jetzt irgendwas kommen. Bad wird es eher nicht. Bad, Fiddle, ja? Nein. Natürlich nicht. Vor dem Fiddle fängt es an zu trainen und plötzlich tut, tut. Kommt halt instant der Train. Na, du bist halt sofort tot. Na gut, wir haben Schogart. Also, most boring man. Okay. Steht dir vor, die Sine Ultimate könnte von 4 gestoppt werden und dann würde er weiterfahren und dann würde er wenn Fiddle 4 kommt einfach so zickzack mit seiner Uit fahren. Der würde umkehren, der muss ja von Fiddle weg. Das ist ja das Witzigste, Leute, wenn ihr Master je auf Full-Movement-Speed spielt. Er ultet, wird gefiert und kriegt ja den Slow vom 4 nicht und rennt mit 600 kmh von ihm weg. Ist super witzig. Das hab ich sogar mal gemacht. Aber passiert halt gelten, aber es ist halt wirklich witzig. Ja, das ist der Humor von Maxim Markoff. Oh, du musst jetzt keine Pause machen. Doch, naja, keine direkte Pause. Ja, wir zeigen euch kurz mal, was bei dem Finale in Düsseldorf abgeht und dann gewählt ein Game. Ja, das ist das Coole. It's a video, guys. And it's all... Oh, oh, ich muss jetzt pausieren. Ich bin so gut. Cool. Also, Leute, wir spielen ja in der ESL-Meisterschaft darum, ESL-Meister zu werden. Das Ganze wird... Profis. Das Ganze wird von dem Frühling, im Sommer und im Winter. Im Herbst sagen es die Leute, was ist in Herbst nochmal? Ah, World. Na, kein Bock. Und die Mechanik besteht es nun darin, dass ihr beim Finale dabei sein könnt. Der gute Johnny, der Sola, der Niklas. Ich bin also gut, Sola nicht. Du bist ein bisschen gemein. Was bist du eigentlich? Analyse oder Caster? Caster nicht, Caster, cool. Sola macht Analyse, weil der irgendwas anderes machen musste. Cool. Ritsch, trifft's. Fakt ist, ihr könnt dort sein. Es ist in Düsseldorf, es ist super geil, es ist super sick, wir haben einen krassen Trailer in your face. Es ist weird, ein bisschen arena mäßig, wenn ihr Tickets wollt. Ausrufezeichen. Finale. Finale. In den Chat eingeben, dann bekommt ihr den Link, um euch Tickets zu geben. Ist wirklich sehr, sehr nice, sehr günstig, wir sind alle da, ihr könnt uns dort knuddeln. Ja, und natürlich auch massenhaft League of Legends. Ich wollte dich ein bisschen beschleunigen. Sehr ab, it's game. Hello, guys. Was geht? Ich weiß nicht, ob der gute Asad das Chatfenster offen gelassen hat. Man kann sich halt leider auf keinen verlassen, Leute. Es ist Krieg. Stellt euch vor, da ist es nicht. Es wird schwer. Ah, ich hab eine Idee. Nee. Aber es ist bold. Nee. Schickle bold. Es ist wirklich bold. Wollen wir es probieren? Ich mach es auf dem zweiten Fest nach Fremd. Nee, nee, nee. Mach es nicht. Doch, ich mach es witzig. Warum? Doch, ich hab eine Idee. Okay, das ist keiner terrible. Mal gucken. Okay, wir lassen die Zuschauer beurteilen. Du kannst dabei immer sagen, was hier die Komposition so herrscht. Bitte sag mir nicht, dass du in dein Bild da reinmachst. Oh Gott. Hallo. Ja, sorry. Hallo Zuschauer. Herzlich willkommen zur ESL-Meisterschaft. Wir haben einen Borderline-Shot von beiden Junglern. Das sieht man eher selten, weil normalerweise will eine der beiden Nancy Pressure haben. In diesem Fall würde das immer Xayahrakan sein. Oh. 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 Er macht's weg. Er macht's weg. Wooo. Aber dafür sind wir am Boden zerstört. Aber da ist er wieder. Da ist er wieder. Fantastisch. Geil. Sehr schön. Den Score habe ich natürlich jetzt auch geändert. Also, Mysterious Maggies darf antreten gegen Evo. Ja. Ja. Cool, ne? Das Spiel liegt in der Vergangenheit. Ist auch, ja, schwieriger Natur. Wurde mit, äh, schwierig. Ja, ist schwierig. Zweite Minute in diesem Game. Wir haben den Minion-Zerstörer bei Ryze. Auch bei Braum brauchen wir damit ein bisschen den Push-Contest und Xio kriegt die jetzt schon gut eingeschenkt. Ja, das Schmerz ist da. Dieser Kassipaya, klassischer, ganz klassischer Counter. Kann ähnliche Items gehen. Hier ist er auch ein bisschen Mask. Super strong im Prinzip für beide. Wenn jemand Eier hat und sagt, hey, ich will hier komplett eskalieren, dann nimmt er sich natürlich den Rod. Aber das Ding ist halt, du wirst halt für Rod of Ages nicht wirklich belohnt im Vergleich zu Biss in Mars. Gegen Squishies schon. Gegen Squishies, ja. Aber es ist halt, ich hab das Gefühl, dass der Biss in Mars halt einfach so viel stärker ist, dass es fast immer besser ist. Es gibt, die Regel ist quasi für mich zwei. So, entweder einer in deinem Team profitiert oder einer im Gegnerteam zusätzlich und dann lohnt sich das Item schon. Das ist halt zu früh. Das ist halt einfach nicht schön. Na gut, mal gucken, was die beiden machen werden. Optionen sind, wie gesagt, gegeben. Das ist, denke ich, absolut kein Problem. Hier oben. Ja, hier oben ist so eine Lane, wo ich natürlich hoffe, dass wir nicht so oft hin schauen. Ihr seht, Push-Pressure ist erstmal ein bisschen für den Chogart gegeben. Er hat es halt einfach über diese drei verstärkten Autotecks. Aber keine Sorge, Leute, Sion wird hier wieder nerven. Er wird aber nicht so total nerven, dass Chogart gehen muss, weil Chogart hat eine Passive, wo er Minions einfach auffrisst. Xero jetzt hier mit einer schönen Variante. Er kann ja auf Spellbook gehen und deswegen versucht er ja am Anfang sein komplettes Mana zu investieren, bis er die Tier, das ist quasi die dritte Wave und Made My Day will jetzt anscheinend einfach mal Mitte runterlaufen. Tja, also ich meine, jetzt hat er noch ein bisschen was gut gemacht gegen Ende, aber trotzdem hart verloren diesen Trade. Also es ist halt wirklich nicht gerade angenehm. Bot Lane ist auch noch halbwegs ausgeglichen. Wie gesagt, Klipp to Menzi ganz schön gut am Werkeln. Da wird hier schon einiges erhalten. Also vor allem die zwei Mana-Pots sind halt cheating. Also damit kann er die Pässe fast oben halten und Zack ist hinterher gekommen, aber er misst hier den Q und dadurch keine Chance ranzukommen, hätte man fast noch mal gegen gehen können, wenn er slow da sitzt. saß er allerdings nicht. Ja und um noch mal auf dieses Rise-Thing zu kommen, Xio geht free in die Base, kommt mit den Teleport wieder und hält jetzt Cassio in der Lane, wenn er schon tier hat und sie nicht. Das heißt, Cassio kann jetzt gerade Rise nicht vernünftig contesten und sie delayt die ganze Idee in Tier-Recall. Das ist bitter. Das ist halt wirklich leider ein bisschen Selbstmobbing. Xio da definitiv einen Vorteil daraus gezogen. Kann jetzt hier schon alle Ruhe stacken und wie gesagt, aktuell ist es Stab der Erzlinge einfach so krass. Das ist halt wirklich, wirklich so ein starker Gegenstand. Ah, Pride. Wie gesagt, ein kleines bisschen am Prügeln. Das sollte wie gesagt kein Problem sein. Die haben auch hier die Red Smite-Variante. Das heißt, Seven Army sagt sich, hey Leute, ich versuche da so ein kleines bisschen mich auf... Oh, das... Ah, das ist... Er braucht ja den Recall und Zack muss das eigentlich viel früher erkennen. Also Zack muss quasi schon mitlein sein und helfen da einmal diese Wave durchzupushen, damit Kassel in die Base kann. Weil jetzt geht es in die Base und ich möchte auch hier mal... Oh, ich kann ja nicht. Sorry. Nope, you can't. Das war... Da wurde ich mal kurz von mir selbst getrollt. Ich wollte auf die Mitlein wechseln. Kann ich aber nicht. Das ist ja ein Video. Ja. Klappt nicht. Egal. Müssen wir durch. Wir hätten jetzt hier da keine Auskunft bekommen, aber ich denke, hier ist trotzdem eigentlich alles relativ berechenbar. Tierphase hat jetzt ein aufbegonnen Katalysator auf der Toplane. Kurzer Engage-Versuch. Da kann man froh sein, dass Braum nicht so schnell da war. Wenn er da den Stack drauf bekommt... Oh, Stun ist raus. Ich knallt ebenfalls. Sizzuani. Oh, das W. Wort diskutabel. Indiskutabel ist das Wort. Indiskutabel. Leider ganz, ganz schwache Wege hier. Weil allein schon der Damage davon hätte fast schon ausgereicht. Der Slow sowieso. Red Smite auch dadurch natürlich nochmal eine Möglichkeit gewesen, wenn man da nochmal den Slow draufkriegt. So kommt Xai hier nochmal mit dem Schrecken davon, möchte man sagen. Aber in dieser Begegnung muss man auch sagen, die Swiss Series Monkeys ist der Favorit. Also sie fahren auf die Playoffs und wollen natürlich hier nochmal unterstreichen, dass sie ein Team sind, was das natürlich auch verdient hat. Ja, für sie definitiv eine solide Saison bisher gewesen. Aber das Ganze zu krönen, positiv abzuschließen, ist definitiv not bad. Ich weiß nicht, ob Kasi bei diesem Engage einfach alle Tasten gedrückt hat, die über QBE sind. Weil er dann alle Potts geschluckt. Muss halt weit davon entfernt, um die Full Build zu sein. Vielleicht war das für den Engage wichtig. Oh, hallo. Kurzer Battle. Na, und dann sagen sie die Jungler, ach, wir sind eigentlich beide gleich useless. Ja, zumindest in dieser Phase. Später werden beide gleich gefeiert sein vom Team. Und Pride, der tradet hier sehr, sehr aggressiv. Muss halt jetzt natürlich aufpassen, was sein. Ist halt einfach jemand, der dich am Anfang gut mobben kann. Er hat keinen Teleport. Das heißt, er hat jetzt ein ähnliches Problem wie eben Cassio. Taktik von ihm, hey, vielleicht kann ich einen kleinen Golem machen, geht auch nicht auf, weil es Hain halt zu schnell pusht. Ja, Sugar ist so ein bisschen der Counter, aber es ist nicht so einfach. Und hier unten ist Boward einfach in Mobbing-Stimmung. Er will einfach nur seinem ADC die Wave hier schenken. Tauscht natürlich dafür seine HP. Ist ein guter Support. Und vor allen Dingen auf der anderen Seite natürlich auch Rakan jetzt etwas später wieder auf der Link. Ja, also da trainen wir ganz gut. Es dadurch hat eben vier Minions, XP und goldmäßig mehr bekommen, als er es dort bekommen hätte. Ist ganz nett. Auf der Mittleren sieht man gerade auch wieder den Altener-Unterschied, weil Ryze einfach effizienter das Gold, was er halt umsetzen kann. Und Topline rastet da gerade ins Zahnrein. Ah, es dürfte eigentlich nicht reichen. Wenn er natürlich selbstständig einen Flash forciert, wäre das auf jeden Fall not bad. Toll. Oh, jetzt! Ah, nee. Es sind halt immer noch zwei Tanks. Ich glaube, hier hat Zahn kurz überlegt, ob er aggressiv drüber flashen soll. Aber er hätte nur den Flash von Sugar bekommen. Und das ist dann so ein Trade, wo man überlegen muss, ob das worth ist. Kann man fragmentieren, weil man sagt, hey, Zahn hat mit der Ultimate eine bessere Engage-Song als Sugar. Aber Flash-Loss zu sein ist auf der Topline eher ein Scheiß-Gefühl gegen Sichuan. Da ist der Stun nach tausend Jahren einfach garantiert. Oh, man, der Attack-Damage ist echt nicht hoch genug. Macht sie ja nicht schlecht. Absolut sauberes Last-Hit-Verhalten hier an der Stelle. Und auch Bot-Lane. Ja, wird jetzt ein bisschen reingepressured. Zack, versucht er mit dem W zu arbeiten. Xayra Khan, wie gesagt, eine schöne Kombo-Lane. Aber so überragend viel Druck können sie am Anfang noch nicht ausüben. Oh, Sichuan die mehr trifft, aber Clance ist zur Stelle. Oh! Okay, krass. Der Zack ist einfach mutig. Trotzdem reingesprungen. Fesse verliert er nicht ganz. Da ist der Schaden noch nicht hoch genug bei Kasi. Und ja, ist ein Game, was, denke ich, Durchhaltevermögen wirklich von Anfang an benötigt. Ja, da bin ich für dich bei dir. Rakan ist sehr schön, dass er so früh auf Clance gegangen ist. Balboog Rakan ist generell eine gute Variante gegen so eine Sichuanie. Alles gegen Sichuanie sollten generell Support überlegen, ob sie für Clance gehen. Weil sie können dann die Ultimate immer abfangen. Das haben wir auch bei Braumenspielen ganz oft gesehen. Alle Supporter, die in Delsha haben wohl gemerkt. Weil danach musst du halt deine Position wieder ändern. Und Rakan muss hier einiges einstecken. Hatte kurz überlegt, zu reengagen, aber die Option ist aktuell doch noch nicht da. Und mitländisch ist der nächste Fight und Xio spielt das sehr, sehr clean. Kriegt die Cassio hier relativ gut unter Kutsch. Oh, wieder dieser Bonus-Schaden über das Q. Superbody denkt sich, hey, wir sind durch. Dankeschön. Ja, Grüße gehen raus. Ist wie gesagt eine Aufnahme. Es ist aber wirklich witzig. Naja, wir gucken mal. Wir gucken mal, wie das Ganze wird. Und der Weg Richtung Katalysator beziehungsweise Richtung ein bisschen Masken wird ebenfalls eingeschlagen. Also das ist ebenfalls kein Problem. Hier wurde die Maus weggehalten. Ja, die hast du ja gut. Das hast du ja ja vergessen. Das ist ja sehr, sehr schön. Naja, ist natürlich ärgerlich, weil auf der Top-Name würde genau das Gleiche passieren. Das heißt, wir haben wieder so einen Katalysator-Super-Battle. Was dazu führt, dass die Leute natürlich krass durchhalten, aber halt auch niemanden so schnell umbringen. Ihr seht jetzt schon zehn Minuten 0-0. Ich habe das Gefühl, es wird ein langes Gang. Ja, ist bei diesen Chapsticker-Bookrun generell üblich. Aber bei Top-Lane-Scale, Mid-Lane-Scale, Jungle-Scale, Bot-Lane-Scale, so halbwegs oder zumindest zur Hälfte. Damit ist der Tüche schwer viel zu sehen an möglichen Plays. Einfach ist es nicht. Na, aber dein Furnel wird trotzdem genommen. Das sieht er auch ganz schön. Also, der ist immer noch nicht gar nicht der kräftigste Drache von allen. Aber wenn man hier den Drag machen will, dann muss man halt gucken, dass dieses ganze Vogeln halt auch flüssig läuft, weil sonst der Ablauf, der sollte wirklich absolut smooth sein. Das ist natürlich schwierig. Aber man merkt ja schon, ah, der Tank wäre da. Also, wenn Tanks die Fighten, dann wirkt das wie im Zeitraffer. Ja. Ich würde das schon gerne in einem anderen Mode sehen, vielleicht so First-Person-Shooter-Mode. Das wäre halt nicht schlecht, weil dann wäre das halt ein bisschen interessanter. Ui. Ja. Da wäre eine Option. Ich muss auch sagen, in Chuggat, in First-Person-Mode, stelle ich mir generell ziemlich cool vor. Du bist auch größer als Alain. Du siehst also mehr. Also, ich nicht, aber Chuggat schon. Chuggat, Chuggat auf jeden Fall, ja. Bei mir ist das sehr der Gegenteil der Fall. Bei mir geht es so weit, dass ich auf meine Gamescom-Autokarten hinten drauf geschrieben habe, ja, ich bin kleiner als du dachtest. Ich weiß das. Oh, das ist hart. Und auf der Gamescom habe ich halt wirklich 50 Mal Karnebergspruch und ich drehe einfach nur meine Autokartenkarte. Und die Leute haben von Lachen bis Übel beschämt. Und es tut mir so leid, ich wollte dir nicht zu nahe drehen reagieren. Sehr gut, Johnny. Ja. Spiel deine traurige Karte aus. Einfach beleidigte niemanden. Aber das haben sie bei mir auch getan. Bei mir haben auch mehrere gesagt. Ich dachte, du bist größer. Ich bin meinen 1,83. Ich bin natürlich, ich habe natürlich die gekrümmteste Haltung EU. Also mach mal 1,75 draus. Das stimmt. Aber es ist ein bisschen besser geworden. Findest du? Ja. Alter, als ich vor einem Jahr mit dir das erst mal richtig lang im Office saß, Alter, es war halt nicht schön. Du saßt halt auch so, dass dein Kopf quasi ganz klein über die Tastatur war. Ich war immer der Meinung, wenn du zehn Finger schreiben kannst, wirst du die ganze Zeit gegen deine eigene Karte aus. Das ist ein Kind. Klack, 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 klack. Ich habe riesige Zahnprobleme. Was machen sie denn? Ich schreibe an der Taste. Und zerdonner es mir einfach. Manche schreiben mit zehn Fingern, du mit zehn Fingern und einem Kind. Zehn Fingern und zwölf Zehner. Einfach ein Fuchs. Naja. Top Lane. Nee, komm, reden nicht über das. Die Kamera hat sich da echt drauf verstanden. Ja, da ist ja auch am meisten Damage. Das Problem ist, die haben auch am meisten Lehm. Also der Algorithmus wird dann einfach so ein bisschen verprügelt. Man könnte ja sagen, ah, die spammen halt zu viel Mana, aber das Problem ist, die Prügel ist halt so hart, dass sie ja wieder Mana bekommt. Das ist die Katalysator. Es ist quasi endless. Hier. Oh, du hast mir wehgetan. Ah, nee, doch nicht. Warte, ich kenne mir kurz die Dancen mehr. Die Dancen werden das nimmer, wenn die keine Spades mehr haben. Das ist halt richtig schlimm. Oh, guck mal, er hat ihn getroffen. Da freut man sich ja doch, aber eigentlich ist es wirklich kein Freude. Mir wird ein bisschen schwindelig. Das ist einfach Läufer. Ich würde da was schnell am Schlechten. Ja, das passiert, wenn man keine drei Minuten Vorschwung hat. Jetzt wisst ihr auch, wo wir es machen. So, Leute. Ja, ich glaube, wir müssen ja einen Podcast draus machen, weil du kriegst eine Vollmeise. Das ist ein VR-Vor. Da kriegst du quasi die Oculus und einen Eimer mitgeliefert. Eimer und Kamillentier. Der Oculus-Kotz. Das ist gleich, so ein Pferdennapp ist da quasi gleich vorne dran. Krasses Play. Das war doch wunderbar. Da oben ist noch ein Wort. Der muss noch geklirrt werden. Aber da kannst du endlich das, guck mal, sie in den Abend richtig gut rüberbringen. Und es geht um Blah, blah, blah. Oh, ist halt echt graus. Aber es hat sich ein bisschen beruhigt. Beruhigt habe ich mich eigentlich noch lange nicht. Alter, das ist... Ja, ist schwierig. Ja, ist wirklich schwierig. Oh, oh, jetzt ist die Cedrani und eine Rise-Ultimate. Wo sind die Federn? Die sind da, die liegen. Das war not bad. Ah, der lebt noch. Der Braum springt da raus. Jetzt ist es ein kleiner Gangbang hier. Schöner Knock-Up. Zwei Kills würde es mindestens geben. Sekt platzt zwar auf, aber er ist eine Passive. Absolut kein Problem, Leute. Das lieb flüssig. Ja, sehr. Oh, schau, du bleibst. Der kriegt den mit dem weh. Ja, das hat dir keiner kommen sehen. Auch nicht. Sehr, sehr schön. Also, dadurch, dass Scygen quasi einen TP-Vorteil hat oder die Jungs von Evo, muss man diesen Play von Mysterious Monkeys kritisieren. Was ich forsten, hast du ja sehr gut. Aber wenn dein Top-Leader kein Teleport hat, dann mach's nicht. Weil der kann einfach die Turret-Agro nehmen, wenn er auf einen Minion TP-t und das Minion stört dir dann nicht so lange. Und dadurch hast du die Playmöglichkeit. Dadurch, dass Scygen allerdings rot für TP-en konnte, bist du auf einmal in Unterzahl, das Ganze backfired. Du kriegst Top-Leader allerdings der Turret. Aber Bot nehmen wir halt Turret-First-Bat. Ja, Kanonen-Minion sei Dank. Wenigsten da noch diesen kleinen Ausgleich gehabt. Trotzdem, du hast es erwähnt, Turret-First-Bat etwas unangenehm. Trotzdem, itemmäßig ist Kasi hier gut dabei. Der eine Kill hat für ihn gelohnt. Er hat immer noch einen gewissen Formvorsprung. Das heißt, Iceborne und Mana-Mune aktuell noch. Super strong gegen Essence-Reaver, weil Essence-Reaver quasi useless allein. Ja, da gebe ich dir recht. Da braucht man noch ein bisschen mehr im Angebot. Ach, ja. Das ist halt jetzt hier natürlich eine, eine verzwickte Situation. Ja, den Recall fand ich jetzt auch wichtig. Erster Kommando-Banner ist fertig. Das zweite auch schon. It begins. It begins. Sehen wir heute auch noch einen ZZ-Rod. Wie viele ZZ-Rods? Wie viele? Das Problem ist, dass ein ZZ-Rod im Vergleich zum Kommando-Banner wirklich deutlich schlechter ist. Du musst halt mit dem Ding, es macht ja mehr Damage, das war quasi der letzte Patch so. Das ist etwas mehr Burlod, aber du musst halt auch echt nah ran. Und das Ding ist nun mal angreifbar als hell. Weil die Selbstständigkeit beim Kanomin ist halt übelst nice, du kannst halt legit in der Base starten. Und das ZZ-Rod ist da halt deutlich, deutlich schwerer. Ja, also das muss man bis zum Turret tragen, damit es den Turret sieht. sein hier unten jetzt. Sah ein bisschen nach der ULT aus, war aber nicht der ULT. Nope. Sind wohl die ersten drei, äh, ja, Szenen. Und jetzt kommt Citroani runter und jetzt will man den Turret forsen. Ich glaube nicht, dass man Sine diven kann, aber der wird sich jetzt einfach sagen, nope, boys, wir kriegen Heroid alle... Wir gehen zum Drake. Okay. Was ist das für ein Drake? Geh mal kurz drüber. Das ist ein Mountain. Nice bait. Made. Almost. Na ja, Mount is aber not bad. Kann man nehmen. Oha, da kommt die Sion Old. Direkt gegen das Schwein. Da wurde hochgeworfen. Da oben ist auch nochmal ein ordentlicher Bad. Der Ski hat dann gute Positionierung, aber Seven Army dasht nochmal raus. Da hat er auf jeden Fall sein Mastery am Leben dann. Oh, Zack, du bist geplatzt in deiner eigenen Ultimate. Auch versucht sich ja Xaya auf jeden Fall zu... Oh, das Miasma. Nee, das Ripp. Oh, das ist so bitter. Wenn Xion einen Schritt weiter nach oben kommt, kommt er durch. Aber das war natürlich auch gut platziert. Trotzdem natürlich hier bitter. Wenn man sich da ein bisschen weiter umstellt, kann man da noch durchporten. Und ich glaube, das hätten sie ja gerne getan. Das hätte ja wirklich jeder gerne gemacht. Denn, wie gesagt, Kills aus einer Situation zu holen, ist was Feines. Kann man mit arbeiten. Aber hier, Seven Army, wie gesagt, der Leidtragende hat direkt einen Zug ins Face bekommen. Tut mir wirklich gut. Ja, 18 Minuten sind gespielt. Misteus Monkeys punktet jetzt hier gerade mit diesem Midlane-Turret. Währenddessen versucht man auf der anderen Seite den Drake zu machen. Aber da kommt Pride hin und der Ultimate, der will da nur ins Pit rein. Man versucht da von der Zeit aber er hat ihn. Aufgefressen mit dem Auto-Attack Ultra-Super-Power-Play. Ist natürlich die Frage, kann man da dort mit dem Auto-Attack-Turret. Der nächste Stunt kommt durch Pride ist undestructible. Der macht einfach sein Ding, ist immer noch am Start, kommt in die Pässe, weil die Pässe braucht fünf Tage, ehe sie wirklich da ist und jetzt stirbt er traurig und allein im Pit. Oh, das war bitter. Also, Zack war halt gar nicht im Pit, wollte, hatte dann überlegt reinzugehen und hat dann gesagt, nope, sorry, ihr seid tot. Und Misteus Monkeys bekommt dadurch also einen Midlane-Turret. Er bekommt den Drake. Er bekommt quasi alles, was er haben will in der Szene und zusätzlich Xeo jetzt hier mit 2-1-1, also die Kill-Verteilung optimal auf Seiten von Mysterious Monkeys. Er ist jetzt schon unterwegs Richtung Blade of the Rune King und ich glaube, Xeo hat jetzt hier schon sein Archangel fertig. Ja, das ist halt proof. Das ist der Dream. Na, das Game kann man jetzt auf jeden Fall gut beschleunigen. Aber, wie gesagt, Scaning-Technik relativ schwer zu beurteilen. Wir wissen halt, was Ezreal kann, gerade im 1-3-1. Xeo hat Spellbook. Wenn er ein bisschen gefeatet ist, kann er diese Side-Lean-Position aufnehmen. Mit Kommando-Banner kann jeder gegen einen anderen Tank pushen. Sogar Choga hat ein bisschen besser aufgrund der Ultimate. Ja, ich frage mal, dass ich sie dafür einsetzen will. Also ich denke, dass Siner über den Q fast mehr Optionen hat. Das Q ist not bad. Und das E ist sogar auch not bad. Also das Ding wegzustoßen, ist halt wirklich nicht schlecht. Ja, das haben wir schon öfter gesehen bei Verteidigung dagegen auch. Das war dann so, einmal kurz weg. Oh, wir haben zwei Sekunden vor. Gegen den Baron ist bad, aber gegen normales ist es fein, weil die Range halt so echt kurzes. So, Fennec unten jetzt am Heiten gegen Ryze. Der sollte relativ viel Schaden haben, aber okay. Ja, nicht so viele Probleme. Ganz schön wie ein Movement bekriegt er hier durch das Banner. Das ist ja, das ist witziger. Läuft halt wirklich flott um die um die Vasallen da drum rum. Trotzdem, wie gesagt, Seoshow im Splitpush Mode 1-3-1 ist das Ziel mit der Komposition, was mit Braum, Ezreal und Seju echt gut funktionieren sollte. Also die können zu dritt wirklich easy für Breezy halten. Ja, 1000 Gold Vorsprung, nur, muss man sagen, für Mysterious Markies, darf er allerdings die zwei Drakes. Der Nash ist ja auch alive. Ich hab nur nicht das Gefühl, dass man den hier allzu früh angehen wird. Nö, ich denke, es werden einige Nash in so einem Game fallen. Vielleicht sogar ein Elder oder zwei. Okay, dann lass uns nochmal predikten. Also ich sage, in dem ganzen Game werden wie viele Nash sagst du? Ich sag maximal zwei. Ich sag vier. Vier. Den nehmen wir ein. Der Gewinner darf das Gameplay verwenden. Oh, Sek geht hier rein. Oh, da kann er den Spongebogen gehen. Die können sich behaupten, die sind noch am Leben. Die Frage ist, kommen die Mates oder nicht? Oh, der wurde weggestoßen. Das ist ja bitter. Zack, sie sind aber noch da und man sieht es, der Zug geht rein, trifft aber einfach legit niemand. Xio mit dem Power, Schild, vielleicht davon. Oh, der Sek ist lebensmüde. Zack, er führt ein, aber die Frage ist, reicht das? Und die Antwort ist ja. Wow, tausend Jahre gefeiert, ein Tank ist gestorben. Ja, da war halt viel mehr drin. Also, Sek ist ja während seiner Ultimate unstoppable und er schafft es hier nicht, die Ultimate zu casten, bevor Bobo seine Ultimate durchgeht. Das ist super bitter, weil davor hat es so klingen gespielt, ist dann auf beiden draußen, musst du noch ulten und macht das nicht. Und dann ist das natürlich sehr, sehr enttäuschend. Jetzt reißt man hier den Midlane Tier 1 Thread ein. Ja, das ist natürlich jetzt hier noch nicht der Durchbruch, aber der erste kleine Gold-Lead für sie. Ja, und es wird noch weiter geleadet werden. Wie gesagt, die Items der oberen Hälfte, der Top-Laner, sind natürlich super günstig, entsprechend auch sehr, sehr schnell, sehr effizient. Kommando-Bammer führen natürlich dazu, dass auf der Seite noch mal ein bisschen Gold produziert wird. Ja, manchmal muss man sich auch schützen vor eigenen Spielern. Krass, dass die Kamera da hinwechselt, wenn Braum sein Stand-Bind-Braum macht. Auch in der Best. Ja, ist ein wichtiger Spell. Das Ding ist halt, es ist gleich schon bei Blade und hat damit nochmal einen netten Powerspile, während Xayah halt noch lange, lange brauchen wird. Up Infinity jetzt reißt die Richter ab, und sie wird jetzt halt eben ihr zweites Crit-Item haben und sie geht für Static. Bisschen mehr Waveclear, das ist auch wichtig, damit man im Soviel zwar lange verteidigen kann. Gegen drei Leute verteidigen ist noch nicht so scheinbar. Gegen drei Leute? Naja, wenn es ein 1-3-1 ist, was sie jetzt glaube ich langsam ansetzen, dann ist ja Static. Ich meine, Waveclear ist immer nice, aber du wirst ja nicht von drei Leuten gepusht. Nee, aber wenn du die Wave schneller rauspushen kannst, kannst du auch schnell auf den Dive gehen. Unten ist natürlich das Kommando-Banner jetzt aktiv. Pride muss sich jetzt eben entscheiden, fresse ich das oder fresse ich das nicht? Die Antwort ist nope, ich fresse das nicht. Wo ist sein Kommando-Banner? Es ist sogar ab. Er hat es vergessen eben in der Wave. Oder es war gerade noch auf Kudan? Also er hat es noch auf Kudan gerade, ne? Ah, Pinkboard. Er hat es benutzt und es wurde wahrscheinlich gefiesen. Nee, das kann ich. Nee, der ist doch Sions. Nein, ich meine das von Pride. Achso, na der hat keinen Bock drauf. Der macht das noch. Das war jetzt eine sehr einfache Analyse und jetzt stirbt es im Turret, allerdings natürlich erst nachher hin lang und oh, nee, er frisst es doch, er hat keinen Bock. Er hat es ja noch früher gemacht. Er hat es gefrissen und dabei ist sein eigenes erschaffen. Ja. Er hat es quasi, Sions ist quasi aus seinen Popo raus. Top-Lane in a nutshell. Das finde ich aber auch schön, dass wir jetzt hier, ist quasi wie bei Riot, diese separierten Lane-Streams haben wir jetzt hier auch und jetzt geht es hier rein. Rakan. Oh, der ist da und er schafft es nicht mehr mit der Ultimate-Zirkung und das war mal eine starke Sage-Ult von Seven Army. Aber trifft da einfach. Ich meine, er muss das Ding ulten. Er muss das Ding ulten und Rakan hat Cleanse. Er kann damit schon was machen. Also, beide Bot-Laner bekleckern sich jetzt hier gerade nicht mit Ruhm und Mysterious Monkeys, die gehen zum Lash. Das ist der Baron No. 1. Sollten sie eigentlich durchbekommen, Teleport, komm, jetzt nochmal. Das ist... Wow. Oh! Und 17 HP. Das war super close. Zack, da gibt es aber nochmal den Zeg for free oben drauf. Baron No. 1. Ja. Wie viel haben wir gesagt? Vier habe ich gesagt. Vier ist gut. Yeah. Schauen wir mal, wie viele es tatsächlich wären. Der erste sollte auf jeden Fall... Und was wetten wir jetzt eigentlich? Wie bitte? Und was wetten wir jetzt eigentlich? Um den harten Slap. Okay. Wetten wir um den harten Slap. 24 Minuten sind gespielt und man reißt hier. Jetzt sind hier zwei Turret auf der Top-Lane ein. Das sieht sehr gut aus, was Mysterious Monkeys hier macht. Also Makro-Play mäßig diesen Nash bis jetzt ganz gut ausgenutzt. Nachteil ist ja wirklich, dass Spike da noch hin-TP ist. Versteht ihr ehrlich gesagt überhaupt nicht. Sie haben gar kein Verständnis für den Teleport. Vor allem, weil es kam ja noch nicht mal in seinen TP und jetzt hat man halt keine... Hat man quasi TP-Disadvantage, während man Nash hat. Sehr ärgerlich. Super, bitte. Trotzdem für die Monkeys hier eine angenehme Situation overall. Wie gesagt, der Mitte in die ist halt super wichtig. Ach! Pio macht das hier nicht einen guten Job. Redpuff ist doch da, oder was? Last Whisper für es. Naja, es sind halt zwei Tanks, die noch keine Ahnung haben. Es gibt halt wirklich 30 Arme im kompletten Gegner-Team. 30 Boat. Rakan hat auch ein bisschen was. Rakan hat... Es ist Rakan. Er hat die meisten Abwerte. Ah, okay. Das hat er eben noch nicht. Ja. Aber das ist halt... Also, Last Whisper geht halt nur noch auf Bonus-Armor. Seit zwei Jahren. Schnell vergeht die Zeit. Ich kopfschmerze ein bisschen. So, na gut. Kanon-Minion. Do your thing. Boom. 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 Zähl mal im Chat die Schüsse. Oh. Ach so. Zähl schon an. Gehört zum eigenen Team. Oh. Sain kann es einmal hochwerfen und vielleicht sogar noch mal weg. Oh, er hat den... Er hat die... Ah. Kurz die Agro. Er hätte sie halten können. Okay, lasst das benennen. Das ist... Hannes. Hannes der Karnes. Hannes der Karnes. Und der schießt ordentlich rein. Also, 26 Minuten Mysterious Monkeys kratzt an der Enemy Base. Bisschen sehr, sehr schön. Und Hannes wird jetzt hier scheinbar auch komplett einreißen. Hat es geschafft. Wurde befördert zum Oberhannes. Ja, der Oberhannes ist bis jetzt der King unter den Kings und schießt jetzt hier scheinbar auch noch den Endebach. Was passiert, wenn Sugar ihn auch noch promotet? Nochmal. Er hat dann zwei Schüsse raus. Aber der letzte Idee... Oh, er hat den gescheitert. Schön, er hat den interrupted. Sneaky. Hugh kam nicht durch. Da haben wir natürlich Hannes in der Lage. Und jetzt kommt der Escape. Oh, cry. Du darfst nicht mit... Du bist zu fett. Oh, schöne Rotation zur Top-Lane. Man verliert natürlich den Top-Lane. Ja, mach doch das Kommando mit ihm. Mach doch... Bitte, bitte, mach es! Ja, er hat's gemacht! Ja, er hat's getan! Hannes number two! Und Xeo, was passiert da? Zack, er ist einfach nur lebensmüde. Aber warum? Du hast doch ein tolles Leben. Ich weiß es nicht, aber hier anscheinend doch nicht. Auch der gute... Er ist jetzt rübergegangen, kriegt jetzt hier drei E's ins Gesicht und verblutet wahrscheinlich daran. Ja, er wird es tun. Zack, wurde da nochmal vernichtet. Der Kampf ist hier ewig lang aber der Nutznießer eindeutig Evo. Denn Inhibitor hat zwar in der Mitte gefallen, aber wen interessiert das? Aber das war jetzt... Aber das war jetzt wirklich bad. Also in der Szene kannst du halt einfach ganz easy noch den Top-Lane innen ziehen. Du bist so stark. Die Gegner haben keine Ahnung, wie sie es engagen sollen. Und dann kommt schon nicht in die Ultimate. Dann überlebt er es und dann lächst Xeo über die Wand. Ich meine, man kann dafür im Big Play gehen. Und ich bin prinzipiell auch jemand, der sagt, hey, ich mag es lieber, wenn Leute Eier haben. Oh Gott, die Bot-Wave. Wat ne Wave. Da kommt schon das Fragezeichen. Wie groß ist das? Ping geht raus. Äh, ja. Da muss einer hin. Aber das ist keiner. Alter. Ah, da kann man noch froh sein, dass die Vasailenwelle noch das Ding kurz vom Turret abhängt. Ah, wirklich. Fakt ist, Cloundrake wird genommen. Boah, bitte Kamera, geh da hin. S-Ultimate. Der hat sich nichts verendet, oder? Nee, nicht wirklich. Komm, Ryze. Zeigt uns das. Wir können ja nicht hinschalten. Ist ein Video. Nee, ist ein Video. Und Bryce hat das Ding jetzt einfach annihilated. Mit EQ. Nee, EEQ. Vor allem, die sterben dann alle. Weißt du was? EE und dann... Ah! Oh, geil. Dann gehen wir mal ganz kurz auf uns und dann spule ich nach vorne. Ja, achso. Ich dachte, du spult es einfach jetzt so. Nee, das finde ich... Dann könnte man ja ahnen, wie lange das Game noch geht. Das wollen wir nicht. So, hallo. Hi. Is it me you're looking for? You can see it in your ass. Ja. Let's go. Oh, ein bisschen nach vorne. Äh. Sehr gut. Hello, guys. So, Pausen gibt's hier nicht. Können wir einfach nach vorne gehen. Ja, das ist ja der Vorteil. Dafür opfern wir vielleicht das eine oder andere Pferdestärken Frontier. Du schreibst ja so Pferde mit F. Nee, du hast es nicht verstanden. Pferdestärken Frontier. Pferdestärken Frontier. Weiß ich nicht. PS und dann noch Front. Ja. Hab ich einfach... Ich seh den Metal Boom in deinem Auto, aber du hast es immer noch nicht verstanden. Soll ich dir aufschreiben? Ja. Okay. Womit blickelt denn Front? Mit F. Und Pferdestärken? Kurz mal ein Wirb. PS. Und jetzt fügst du es zusammen? Aber du hast Pferdestärken Frontier gesagt. Du hast nicht Front Pferdestärken hier gesagt. Nein, aber Front... Damit es in Front steht. Nein, das hast du einfach falsch gesagt. Nein, Front... Ich hab Pferdestärken Frontier. Pferdestärken Frontier. Ja, ich wollte Front sagen. Und weil das Substantiv-Ding hinten ist, oder was? Nee, weil Front immer vorne ist. Du sagst ja nicht... Hey, ich hab mein Autor... Weil Front vorne ist, ist es wohl im Alphabet ganz vorne, oder was? Nein, aber das ist die gleiche Logik. Alter, mein Autor hat eine geile Front beim Rückspiegel. Warte mal, Rückspiegel ist hier sogar vorne. Rücklicht, zock. Ach, den Punkt geb ich dir ja scheiß drauf. Ich gebe auf. Ja, und was hast du noch so vor? Baron number two. Den hab ich vor. Wie gesagt, ich hab mir gesagt, es gibt vier Barons. Let's see. Na, das ist der Plan. Das ist ein Game, wo die Xayah bereits echt solide Items hat. Horror, grausames Item, wird super effizient. Jetzt gibt's ein bisschen mehr Armor. Das heißt, neben der... Neben dem Kommando-Banner haben wir jetzt noch eine Chain West, die der gute Kasi penetrieren kann. Bei Zac ist leider noch nichts. Das ist alles Base. Base-Tankiness. Mal gucken. Ich meine, er hat so viel AP, dass auf jeden Fall das Ding pockt. Das Blade-Lord-Dominix ist auf jeden Fall... Oh, Rabadons bei Rhyst. Rabadons. Ich meine, es ist die 30. Minute. Das ist halt... Der Böller-Bus ist halt schon mehrmals... Er hat schon mehrere Runden gedreht. Ja, und der Pink-Word auch. Oder wir zum Pink-Word. Ja, der Control-Words liebt die Kamera. Da kann man leider nichts machen. Das ist halt wie Barney Stinson. Und die Kameras. Nur ehrlichere Liebe. Nicht mal bei Allergien schlägt dieser Pink-Word aus. 31 Minuten. Und es geht wieder Richtung Nash. Wird Maxi Markov hier tatsächlich eine Wette gewinnen? Wir wissen es nicht. Aber ein Tag, wo ich an einem Spiel schon so oft daneben lag, wie sonst in einem ganzen Monat, ist das möglich. In einem ganzen Monat. So cool bist du halt. Mann, jetzt ist mir doch wenigstens das... Mein Auge zuckt so ein bisschen, wenn es zum Pink-Word geht. Ich fühle das nicht gesagt. Eins zuckt übelst du auf die ganze Zeit. H3, H3 kennst du doch, ne? H-Word? Ah, egal. Oh Mann, H-Word ist so hart. Baron No. 2! Yay! Er wird gefeastet. Das ist natürlich schon ein schöner Stack. Gut, da ist er. Down. Cool gemacht. Zwei Leute. Das war halt wirklich eine schöne Option. Vor allem, weil die Gegner hatten ja Vision. Aber die Vision bei Nash reichen ja. Sie haben die Krabbe, aber sie sind sehr, sehr klug über die Wand gegangen. Mit Hilfe der Knallpflanze. Und haben dadurch quasi diese Vision des Gegners zu den eigenen Gunsten verwendet. Ja. Bam. Vor allem hat die sogar da in der Ecke. Das ist echt bitter für Evo. Vision ist eigentlich ausreichend, um Nash zu deffen. Aber es hat nicht sollen sein. Mit 7.000 Gold sollte man das Spiel jetzt nun eigentlich zügig beenden können. Als Mysterious Maggies hat er wirklich eine Mie. Oh. Oh, der Flash hat nicht gereicht. Seven Army. Konnte aber auch nicht entführt werden. Dafür ist er zu Cetrani. Na, er ist nicht Slowbar mit der Fläche. Was schreit der? Sion, wenn er ultet. Cowards! Das ist das Witzige. Er schreit das halt wirklich. Feiglinge. Unter anderem. Cowards. Und rennt währenddessen aber weg. Ich hab bei dir verstanden Cowards. Und dachte mir so, hey, das ist ein fucking Werbespruch in League of Legends. Toyota! Weißt du? Und da gibt's natürlich Skins. For Fiat! Gab's nicht schon so einen BMW-Skin? Das Game? Ah, das war ein anderes Game. Ich erinnere mich. Schwierig. Sion! Oh, er geht schon wieder rein. Aber diesmal hat Seju keine Chance. Wird ja immer kaputt gepenetrated. Da sind die Crit-Werte auf jeden Fall vorhanden. Der nächste ist da und Braum ist einfach nur explodiert. So wie der Bildschirm. Oh, der S-Rail für das offensive Play. Wird ja noch nicht mal... Oh, er wird bestraft. Aber auch Xayah zu nah rangegangen. Wurde hier von Xio gereißt. Denn er hat Rabadon... Der macht Quadra. Der Quadra müsste drin sein. Zack, da geht er down. Wunderbar gemacht, Quadra. Also Xio ist hier on fire mit dem guten Rise. Ja, und ich glaube, die könnten jetzt hier sogar versuchen, für einen Finish zu gehen, wenn sie einfach in die Base gehen. Sie versuchen es. Sie haben nicht... Oh, lol. Sie haben nicht gehört. Denn da sind Vasallen kurz vor dem nächsten Turret. Aber sie können es ja nicht wirklich machen. Der ist... Oh, was macht denn der Xio? Kriegt hier 90 Tower Shots. Damit natürlich schon einiges an HP weniger. Und natürlich schwieriger jetzt, diesen Inhibitor aktiv zu bedrohen. Sie sollten ihn eigentlich bekommen. Zack, das klappt auch. Nun heißt es zurückziehen. Ja, wieder nur der Midlane Inhib. Top ist zwar auch noch down, aber es ist noch nicht genug, um das Spiel zu beenden. Nee, aktuell noch nicht. Aber du hast den Draken fünf Sekunden ab. Und da kann es hingehen. Sehr, sehr starker Teamfight von Xio. Da hat er absolut die Nerven behalten in der Szene. Da ist unglaublich viel Engage. Unglaublich viel, was da reinfliegt. Aber er ist einfach im richtigen Moment, am richtigen Ort, um den Damage zu machen. Das muss er auch sein. Weil Kasi wird er dir mit jeder Minute gefühlt schwächer. Er hat den Red Buff mit der Ultimate bekommen. Cidrani hat ihn quasi prepared. Und da hat er von der anderen Seite mit der Ult gemacht. Das ist schön. Das ist ein cooles Socken. Er hat sich da mit Seven Army auf jeden Fall gut ab. Red Buff und Tüten. Oh, Bryce ist voll wild, Minute 34. Der hat gerade einfach mal einen Morellus gekauft. Und das Ding ist halt, weiter nach oben geht es jetzt nicht mehr für ihn. Xio wird nicht mehr einem Stärken zugewinnen. Auch gibt es kein Level mehr für ihn, sondern nur noch Pods. Das heißt, Mysterious Monkeys muss natürlich diesen Vorteil nutzen. Ich glaube, ich wäre erstatt mit Morellus sogar für Loons gegangen. Weil der Kekner-Rank schon recht stark. Nee, ist schon das Richtige. Also der Kekner-Regenerieren dann doch recht unangenehm mit Cassio, Xayah, die ja irgendwann auch mal gegebenenfalls Lifestyle haben wird. Zack. Zack, Sain. Also die kriegen alle irgendwie was wieder. Und jetzt geht es hier natürlich los. Jetzt ist Offenhorland. Oh, der Baron ist gone. Das heißt, die Minions sagen sich in Melee-Range. Wollen einfach auf Rammgeschwindigkeit. Wie bitter, ey. Das war so ein schönes Setup. Ja. Aber leider Sekunde zu spät. Dafür gibt es hier einen kostenlosen Sion oben drauf. Nice. Ähm, S. Sack. Sackt sich ab in den Nahkampf. Ist quasi wie die Minions. Ja. Hat's ja nur ein blaues Minion. Achso, blau ist er gar nicht, ne? Doch, doch. Ach doch. Türkis ist das neue Blau. Krass. Dass du Türkis kennst. So, jetzt pusht man hier die Botlane. Und es sollte ja gleich der dritte Inip sein. Äh, der Toplane Inip müsste gleich allerdings wieder ab sein. Denn der Midlane Inip wurde eben erst gemacht. Der Toplane Inip vor einiger Zeit. Und, äh, Xio treibt hier weiter. Missyrius Mankis zu einem bisschen völlig ungefährdeten Siegern. Also es steht zwar 12 L, aber Missyrius Mankis wirkt an allen Ecken und Enden gerade überleben. Ja, uah, das war ein super wichtiges Weh da an der Stelle. Das nächste Q hätte er, glaube ich, nicht überlebt. Zack. Ah, das ist ja da. Da gibt es nochmal Infos. Das hätten wir eben wahrscheinlich einfach mal zumachen sollen. Weiß es nicht. Fakt ist, wir sehen hier den Knockup nochmal oben drauf. Hat nicht ganz getroffen. Oh, der Zug, der Zug. Wo fährt er rein? Oh, aufs St. John. Auf jeden Fall. Konnte er mit dem Lockett einiges finden. Oh, Zeg mit den drinnen. Zack. Entführt die gesamte Frontline. Das sieht not bad aus, den Xayah mit den Federn. Alles andere als Foul. Zack, die Ulti von Xio kommt sogar noch durch. Wahnsinn. Das war richtig gut gespielt von mir mit der Ultimator. Davor leider ein bisschen ungeduldig. Du hast als Racer immer die Option, wenn du Tank fokust, gehst du entweder für die EQ-Kombo oder du machst ein E, wartest, schmeißt noch ein E drauf, machst deinen Q. Dadurch kann der East sich spreaden auf die Backline. Wenn er das hier geschafft hätte, wäre er wahrscheinlich noch 3.000, 4.000 mehr Damage drin. Das klingt ulkig, ist aber so. Und dadurch natürlich jetzt hier eine ganz, ganz schwere Kiste für sie. Ja. Absolut. Well done. Wollen wir mal ganz kurz auf uns gehen, damit ich einmal das Discord-Syndrom... Ja, ich glaube, das Discord-Syndrom ist im Video. Ist es nicht. Ja? Bin ich mir sehr sicher. Das wäre cool. Cool, ja, cool sind alle meine Farben. Cool, ja, cool ist alles, was sie macht. Darum lieb ich alles, was so cool ist. Okay. Okay, krass. Der bitte wollte noch mal. Weil mein Schatz ein Rapper ist. Krass. Ich bin gar nicht als so ein Mensch eingeschätzt. 3 Inips sind down. Nächste in 1 Minute. Und damit sollte man das Game finishen können. Aber wenn wir bei 3 Inips sind, hätte keiner von uns recht. Oder keiner unrecht. Ist ja auch mal schön. So, warte mal, das ist der dritte, ne? Du weißt, wenn es 4 oder mehr sind, habe ich auch gewonnen, ne? Nö, nur 4. Ja, auch mal 4 oder mehr. Aber 5 zählt für mich. Nein! Weil man 5 nicht durch 2 teilen kann und nicht 2 gesagt hat. Junge, wir spielen ja nicht Primzahlen, Lotto, sondern es ist einfach nur 4 und mehr. Ist für mich GG. Ja. Ich weiß gar nicht, warum du darüber diskutierst. Als hätten wir jemals eine ohnehinhafte Wette gemacht. Nein! Ey, komm! Bist ja... Nein! Ich bin hier noch mit dem Schaus. Boah, die wurden gerade alle 3 gleichzeitig gekillt. Das sah ja episch aus. Aber Barrel No. 3! Wie viele Barons braucht man, um ein Game zu gewinnen? Es klingt wie ein kleiner LOL-Witz. Aber auf 8,4 ist es halt wirklich witzig. Ja, normalerweise sind es 3. Ja. Ist der Patch, wo es geht? Schon kriegt nochmal ein... Schon kriegt kein Stack. Nope! Man wählt den Stack jetzt sofort für einen tiefer Dump. Ist eine gute Idee, muss ich sagen. Wirkt ein bisschen meh, aber ist tatsächlich richtig. Weil die haben jetzt hier oben die Wave. Da kommt jetzt das Banner drauf. Ist da noch eins? Double Banner! Wupp! Hannes und Nani! Du kannst doch jetzt nicht Hannes wiederbeleben. Hannes wieder da? Hannes war der King. Guess who's back? Back again. Das ist Josefine und Lily. Okay. Schauen wir mal, wie das Ganze hier gut ausgeht. Lily ist auf jeden Fall gleich in Range. Alter, die tötet halt einfach mal Xayah. Federn sind aber drauf. Lily ist schon halt tot. Oh, C2 Ultimate of Sain. Der wird nochmal zu zählt. Aber der ist Tanki. Der hat hier seinen Gargoyles aktiviert. Oh, ist jetzt erst da. Und das hat gedauert. Beide haben den Tank verloren. Und hier Xio gnadenlos entführt. Konnte nicht mehr rausflaschen. Und damit ist dieser Fight gewonnen für Evo. Denn Xio mit dem Feed, mit dem Scaling, so früh gestorben. Und damit natürlich die Chance, er hat nicht mal diesen Inip zu kriegen, auf Null gefallen. Ja, und da merkt man natürlich, dass Xayah und so ein Fight mehr macht als ein S. Aber daran ist hier nicht gescheit, sondern an diesen Sign-Fokus. Wenn du die Cijuani Ultimate hier auch immer auf den Sign wirfst, dann muss der auch fallen. Und was hier passiert ist, ist, dass er noch seine Stone Plate anbekommen hat. Deswegen die Juggard Ultimate überlebt hat. Die macht True Damage. Da ist das natürlich dann größter Feind. Und dadurch war man hier dann sehr einfach in der Lage, diesen Fight zu überleben. Ja. Und aus der anderen Sicht, Becerous Monkeys muss in der Szene gar nicht engagen. Sondern sie müssen einfach nur engage die Nine. Die ganze Zeit warten. Die dicken Wum... Die dicken Wum... Was? Den dicken Wumms, den man hat mit der Ciju Ultimate, möglichst lange aussparen. Damit man auch eine Chance hat, den Gegner zu bedrohen. Und so ist Evo jetzt hier in der Lage, sich den ersten Elder zu sichern. Schön gemacht. War eine gewisse Panik da. Das hat sogar der Spectator gemerkt. Ja. Jetzt sind wir hier rechts unten. Hoffentlich. Ah, jetzt Windu. Okay. Ah. Schwierig. Ah, da sind wir wieder. So, wunderbar. Sehr schön. Also, Inhibitor. Sind alle wieder da. Ha, Inhibitoren-Fokus. Schwierig. Baron. Natürlich eine Option. Ist klar. Aber gegen Elder willst du eigentlich gar nicht so viel machen. Also es... Ja, die haben halt nur einen Track. Ist okayisch. Aber es ist halt jetzt doppelt bitter, dass Becerous Monkeys diesen Elder nicht hat. So, weil sie haben die ganze Zeit das Game in der Hand. Aber Cassio ist kurz vorm Rabadons. Xayah ist Full-Item-Büttel und kann jetzt überlegen, okay, was verkaufe ich als nächstes? Und die baut halt Crit. Die hat halt 100% Crit. Es hat 0% Crit. Ja. Das ist nicht fair. Ja, er ist halt wirklich nicht fair. Er musste einfach nur 1000 Jahre poken, um ihr Schaden in den Team, weil es irgendwie auch nur annähernd gerecht zu werden. Oh, das... Ja. Der geht auch gar nichts. Aber gerade ist es super schwer. Die Inhimmst wieder ab. Xayah kann jetzt sogar mal wieder Split-Pushen gehen. Und dann haben wir das das letzte Mal gesehen in diesem Game. Vor 40 Minuten. Mit Banner ist alles möglich. Und er tut es. Also Split-Push nachher ist er geht auf die Wave, vernichtet das Enemy-Banner, baut Xayah auf und geht wieder. 8.4. 8.4 in der Nutsche. Naja. Zack. Backport ist natürlich immer noch beschleunigt. Der Baron-Buff wird halt indirekt wirklich gekockblockt durch den Elder. Es passiert halt einfach gar nichts. Weil selbst mit den Kommando-Banner-Minions haben sie Probleme. Sie kommen nicht wirklich näher ran. Gerade haben sie auch keine Möglichkeit, weil Xayah die einfach zu schnell vernichten kann. Shogart gibt sich jetzt hier natürlich alle Mühe, die er sich geben kann. Probiert das verdammte Ding zu töten. Hat er. Schon hat er wieder den Push. So ist dieser Patch nun mal. 2.4 Minuten auch erreicht. Wie gesagt, die items haben schon geredet. Die Full-Builds nähern sich. Aber jetzt, also jetzt gewinnt Evo straight up jeden Fall. Also das, was Xio hier leisten muss, um ansatzweise den Damage von Xayah zu imitieren, ist insane. Und Xayah hat ja alle Mitte der Welt. Es ist Mikael's auf Rakan, er selbst sogar Glänzer, das heißt, das immer einsetzen kann. Er hat über Rakan ja die Extra-Federn. Er hat beide Thumbs gleich wieder ab. Er hat seine Ultimate als defensives Tool. Er hat sich sogar noch High-Drinker geholt, beziehungsweise Maw, um auf Nummer doppelt und triple sicher zu gehen. Der Maw wurde ja mit 1 gegen 1 sowas von krass schluss. Und Xio ist halt nach 5 Autotechs tot. Und 5 ist halt wirklich mit vollem Passive-Schild, mit vollem Mana-Schild. Also Mysterious Monkeys muss jetzt darum spielen, die Vision, die sie aktuell haben, zu halten, weil die Gegner können sich nicht da reintrauen. Offene Fights sind das, was sie wollen. Fights in Jungle eher weniger. Um dann quasi mit dieser Vision den Nash zu holen und mit dem Nash dann den Elder. Das ist das einzige Szenario, wie Mysterious Monkeys aktuell noch das Game gewinnen kann. Und das frustrierend, wenn du 43 Minuten vorne bist, aber so ist die Call of Legends aktuell. Und ein S geht halt nicht an, sonst weiß ich, klar, ich glaube, er muss irgendwann überlegen, ob er alles verkauft und auf Crit geht. Aber das haben wir schon mal gesehen und er hat verloren. Ja gut, aber ich meine, was soll er machen? Mit dem Item mit Kitzelt er halt gerade niemanden mehr. Cues werden halt abgefangen, Leute. Na klar, auf dem Papier ist so, ey, das ist doch protzendor der Schaden. Das ist doch ein krasser Slow. Muramana ist doch jetzt auch nicht so bad. Was ist da los? Wie kann ich das so schlecht scalen? Leute, Crit ist Gott, okay? Ja, nicht Crit ist, ne? Das ist das andere. Teufel? Teufel, das klingt schon wieder so powerful. Teufel ist auch powerful. Er hat bloß ein anderes Itembild. Kassel hat jetzt Graberons und hat noch einen Item-Slot, was er ja keine Boots baut. Aktuell natürlich mit Control-Words versehen, weil es komplett ist. Wir haben ganz kurz gesehen, wie viele APs er hat, aber das konnte ich nicht lesen. Das ist natürlich bitter. Vision wird jetzt hier für free für Evo gegeben. Jetzt stellen wir uns natürlich mal die Frage, warum geht mein Base, Seven Army, jetzt auch die Stopwatch am Stessel? Ja, meinst du, sie müssen um die Vision rum spielen? Die haben sie jetzt aufgegeben. Ei, da unten sind zwei Kommando-Minutes. Ja, aber es ist nicht ganz so wichtig wie die Walls. Scheinbar für den... Wow, krass. Da ist auf jeden Fall viel Dance hin und her. Da muss man einfach tief durch haben. Jungs, da müssen wir... Ich gucke einfach mal, was passiert. Da ist einfach das Pferd aus dir raus. Ja, also, ich meine, da müssen wir jetzt alle zusammen durch, Jungs, ne? Das ist jetzt hier ein Gemeinschaftserlebnis. Aber wir haben es seit 15 Minuten schon durchgehalten. Ich finde, dafür sollten wir honoriert werden. Vielleicht kriegen wir einen Friedensnobelpreis. Wieso? Private konnte jetzt hinter die Gegner tippen, aber man weiß jetzt nicht genau, was man dann machen wollen würde. Topline DS Ultimate, hui, lecker. Dadurch sollte es wieder ein Slowpush sein. Nette Idee und gut umgesetzt. Oh, Seju. Ja, komm, und wie das sein. Das hat doch schon ein paar Mal so gut funktioniert. Pulled him down. Wer kennt ja diesen Prozedur an, Schild. Das ist ja wirklich, wirklich ein Neues. Und vor allem, der hat jetzt... Der hat ja jetzt Stoneplate mit Locket. Stoneplate, Locket, W. 9000 HP. Ich glaube wirklich, der ist... Ja, noch mehr. Der hat ja nur mit Stoneplate, hat er ja schon 11.000. Ja. So, man chase hat hier gerade einen Säck. Das könnte ein Free Tank sein. Der ist relativ... Oh, schöner TP-Safe. Oh, Rakan! Eskalated! Zack! Der springt da nochmal rein, aber der erste ist bereits da. Oh, der Säner-Pepa. Der Säner-Pepa. Dann hast du Möglichkeiten. Aber Evo immer noch mit beiden Carries am Start. Das heißt, Mysterious Monkeys, kann er nicht mal easy den Nash nehmen oder doch? Wir wissen es nicht. Wir sehen gar nichts, aber wir probieren es. Und wow! Um, unten, links und rechts, überall scheint Action zu sein. Es ist gut, dass einfach von der halben Sekunde Choga da reingeblendet wird. Ich bin groß. Und das war's. Dann ist er wieder Korn. Fakt ist, man tauscht jetzt Gebäude gegen den Barrenbuff. Der ist übrigens Nummer 4. Ich habe die Wette also massive gewonnen, weil meine Prediction-Fähigkeiten an Silien rankommen. Klasse, hört man ja immer wieder, ne? Silien-Prediction-Gott. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Ich hab's doch schon gemerkt, weil du versuchst das. Junge, das war ein Zitat von Silien. Der sagt, ich wusste, dass es gut war, dass wir den picken. Holy shit, bist du bad! Alter, wer hat den keinen auf Deutsch? Und wer spielt Silien? Auf Englisch sagt er das Gleiche, bloß auf Englisch halt. Und was ist das? Die unerinnerliche Message. Message meines Körpers ist, ich will aufs Klo. Die Beine zittern noch, krass. Ja, mega, Alter. Never stops. Never stops. Zittering. Englisch. Menos. Ein, ich wollte gerade sagen Milchshake, aber Zittershake. Aber ich dachte, der wäre natürlich kaputt. Ich mein, Zittern ist ja Gift, also... Zittern ist Gift. Ich glaub das schon hin. Deswegen ist es fair. So, jetzt hat man den Mitglieder bekommen. Das juckt offiziell überhaupt niemanden, aber man will halt eigentlich nur zum Elda. Und wie gesagt, brauchen Nash und Elda und dann könnt ihr das Game hier finishen. Sollte drin sein. Geht zum Elda. Wenn er so für ein Frame manchmal wechselt, das ist das, was einen richtig... Vielleicht sind es auch zehn. Das kommt uns ja so vor. Das können doch zehn sein. So, warum geht Mysterious Monkeys jetzt nicht zum verdammten Drake? Weiß ich nicht. Erfahren Sie dies und mehr in der nächsten Folge von Please Stop It. Drink Ball Monkeys. So, man probiert es jetzt hier wieder. Da kommt das Banner.